Liebe Zuschauer, diese Bilder sind wir bereits aus den vergangenen Tagen gewohnt und es steht zu befürchten, dass auch heute wieder derartige Phänomene vor allem in Süddeutschland auftreten werden. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Reihe, muss man ja schon sagen, der Unwetter-Serie, die heute also die Fortsetzung findet. Schauen wir noch mal auf die Entwicklung des gestrigen Tages. Man sieht sehr schön im Radarfilm, wie hier die einzelnen Gewitterzellen entstanden sind, vor allem südlich von München, gab es doch ein heftiges Gewitter, eine sogenannte Superzelle mit heftigem Starkregen, großem Hagel und schweren Sturmböen. Im Laufe der Nacht ist das alles verklastert, also zusammengewachsen zu größeren Komplexen und jetzt in den Vormittagstunden hat sich das Ganze vorübergehend beruhigt. Aber diese Beruhigung ist eben nur vorübergehender Natur. Jetzt schauen wir noch mal auf die Niederschlagsummen, die in den vergangenen 24 Stunden zu beobachten waren. Da sehen wir also vor allem diese Schneise hier südlich von München. Da gab es dann doch dieses eine kräftige Gewitter und dann immer noch mal welche, die nachgezogen sind. Und da sehen wir also tiefrote Bereiche, teilweise im violetten Bereich. Und da sehen wir also, das waren mehr als 50 Liter, punktuell sogar um die 70 Liter auf den Quadratmeter, die gefallen sind. Und das in kurzer Zeit, das ist zu viel für jede Kanalisation. Entsprechend gab es dann die Überschwemmungen, Hagelansammlungen etc. Tja, warum ist das so? Die Wetterlage, das ist jetzt die Lage von gestern, also Dienstag, zwölf Uhr. Wir hatten dieses Gewittertief über den Alpen in dieser schwülwarmen Luftmasse, die immer noch da ist. Und jetzt schauen wir mal auf den heutigen Tag. Und Sie sehen, das hat sich nicht viel verändert. Es ist nach wie vor sehr festgefahren. Also auch am heutigen Tag müssen wir wieder mit diesen Schauern und Gewittern rechnen im Tagesverlauf. Es geht aktuell schon los in den frühen Nachmittagsstunden über dem Schwarzwald. Es wird zunächst vorrangig nur das Bergland betreffen. Schwäbische Alpe wird dazukommen. Und zum Abend hin wird das immer mehr aus der Schweiz, aus den Alpen werden immer mehr und kräftigere Gewitter auf den Bereich, der mit der vorabinfo belegt ist, übergreifen. Und dort müssen Sie dann entsprechend wieder lokal mit heftigem Starkregen, großem Hagel und schweren Sturmböen rechnen. Und auch dort ist wieder im Laufe der Nacht ein Zusammenwachsen der Gewitter zu vermuten, was ziemlich wahrscheinlich ist. Und entsprechend also der Fokus in den Nachtstunden wird dann eher auf dem heftigen Starkregen liegen, wo es dann wieder gebietsweise 60, 70 Liter regnen kann. In den nächsten Tagen wird sich diese schmülwarme Luftmasse noch etwas ausbreiten. Also zunehmend wird auch der Südwesten und Westen des Landes, die Mitte und auch der Osten Deutschlands dazukommen. Also keine Entwarnung in den kommenden Tagen. Lediglich der Norden und Nordwesten Deutschlands wird da außen vor bleiben. Also bleiben Sie wachsam. Sie werden an der Stelle natürlich, wie es gewohnt sind, weiter mit Informationen versorgt. Machen Sie es gut. Bis demnächst.